In diesem Video geht es um Lady Gaga. Ich erkläre dir die wichtigsten Fakten von der Kindheit bis zu den größten Erfolgen sowie die bekanntesten Songs. Lady Gaga wurde am 28. März 1986 als Stefanie Joanne Angelina Germanotta in New York City geboren. Sie begann im jungen Alter Klavier zu spielen und entdeckte ihre Leidenschaft für die Musik. Sie besuchte die Tisch School of the Arts, brach aber das Studium ab, um ihre Musikkarriere voranzutreiben. Ihre ersten Erfahrungen sammelte sie in kleinen Clubs in New York. 2008 wurde Lady Gaga mit ihrem Debütalbum The Fame weltweit bekannt. Die Singles Just Dance und Pokerface wurden zu großen Hits. Sie unterschied sich durch ihre extravaganten Outfits und Bühnenshows von anderen Künstlern. Dies half ihr in der Musikindustrie aufzufallen und eine breite Fangemeinde aufzubauen. Lady Gaga ist nicht nur im Pop-Bereich aktiv, sondern hat auch in anderen Musikgenres experimentiert. Dazu gehören Jazz, Country und sogar klassische Musik. Sie hat mehrere Alben veröffentlicht, die unterschiedliche Musikstile abdecken, was ihr mehrere Grammy-Auszeichnungen eingebracht hat. Neben der Musik hat Lady Gaga auch im Schauspiel Fuß gefasst. Sie spielte in der TV-Serie American Horror Story und im Film A Star is Born. Für ihre Rolle im letztgenannten Film wurde sie sogar für einen Oscar nominiert. Ihre schauspielerische Leistung hat gezeigt, dass sie mehr als nur eine Sängerin ist. Lady Gaga setzt sich auch für soziale Themen ein. Sie gründete die Born This Way Foundation, die sich gegen Mobbing einsetzt und für die mentale Gesundheit von Jugendlichen kämpft. Ihre öffentlichen Reden und Aktionen für die LGBTQ-Plus-Community haben ihr viel Anerkennung eingebracht. Das Erscheinungsbild von Lady Gaga ist ein wichtiger Aspekt ihrer Karriere. Sie ist bekannt für ihre extravaganten Outfits und Make-up-Looks. Diese haben oft eine tiefere Bedeutung und sind eine Form des künstlerischen Ausdrucks. Ihre Mode hat sogar Einfluss auf die Modewelt genommen. Lady Gaga ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte. Sie hat Millionen von Alben verkauft und ist mehrfach mit Platin ausgezeichnet worden. Ihre Tourneen sind oft ausverkauft und sie hat eine riesige globale Fangemeinde. Im Laufe ihrer Karriere hat Lady Gaga zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter mehrere Grammys, ein Golden Globe und sogar einen BAFTA Award. Sie wurde auch für ihre Beiträge zur Mode und ihrem sozialen Engagement geehrt. Diese Auszeichnungen bestätigen ihren Einfluss in der Unterhaltungsindustrie. Lady Gaga hat die Popkultur in vielerlei Hinsicht beeinflusst. Sie hat gezeigt, dass man sowohl als Musikerin als auch als Aktivistin erfolgreich sein kann. Ihre Vielseitigkeit und ihr Mut, sich selbst treu zu bleiben, machen sie zu einer inspirierenden Persönlichkeit für viele Menschen weltweit. Sie hat die Popkultur in vieler Hinsicht. Sie hat die Popkultur in vieler Hinsicht. Sie hat die Popkultur in vieler Hinsicht. Sie hat die Popkultur in vieler Hinsicht.